Ich habe ja mal vor ein paar Tagen oder vor 14 Tagen mal Ralf Hasenhüttl in den Raum geschmissen. Nicht jetzt ein Welttrainer, aber ein Trainer, der meines Erachtens ein gutes Denny mittlerweile hat, auch in England einen guten Namen gehabt hat, der auf dem Markt wäre, der vielleicht auch ein bisschen befreit dann nicht mit dem ganz großen Druck, mit dem ganz großen Namen wie Guardiola oder Klopp oder sonst irgendjemand.